Hallo Leute, guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge des Survival Games zusammen mit dem Linian. Mein Mikro ist jetzt vom Mond und wir spielen die Map Roseville mit dem Crafting Fabotecture Pack. Ich habe alle Kisten, alle Sachen aus meiner, aus den Kisten bekommen. Ich auch. Alle, wirklich alle, Jan. Und das heißt, dass ich... Danke. Komm, lass gehen. Ich habe keine Waffe. Krieg sie? Ja, ich habe ihn fast. Irgendwie der ist too hit oder so. Ich glaube, der hat nicht ganz verstanden, was das Spielprinzip bei Survival Games ist. Aber er hat gute Sachen, deshalb muss ich ihn leider töten. Sorry für den Focus, my friend, but your wrist is very good. Herr Rüstow? Ja, aber... Alter, nein. Amor. Amor. Geh weg. Geh weg, scheiß Banane. Banane bist du hinter dir? Banane bist du hinter dir? Banane bist du hinter dir? Ah, er bußtet mich zu ihm. Das ist nett von ihm. Ich bin hinter ihm. Ich bin hinter ihm. Wenn er denkt, dass es mir was... dass es ihm das was bringen würde, dass er mich boostet, dann ist er ein bisschen dumm. Er bist gleich. Er bist gleich. Ja, aber ich habe den anderen durch. Das ist das Wichtige. Nein, 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 nein. Sieg sie? Nein, alter. Nein, hast du ihn. Alter, nice, komm erst mal hier hoch. Nein, das hätte ich nicht gedacht. Wie voll bist du? Äh, ein bisschen. Also ich habe, äh, noch ein paar Herz. Ist er so null hart? Nee, ein halbes Herz. Wollen wir das mal austesten, Jan? Ja, gerne. Das sieht aus, als wirst du darauf kotzen, Alter. Ähm. Äh, hast du eine Angel? Äh, nee. Aber er hat einen, also gib mir die. Dafür bekommst du einen Bogen mit vom Fallen. Ich hab schon Bogen. Dann gib mir den Bogen. Ah, hier. Ich hab mein Schwer gedroppt. Ich hab ihn. Lol. Hab ihn. Alter. 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 Viel zu stressig alles hier. Hab ihn noch getötet. Ah, warte mal. Ey, ich hab ihn so'n getötet. Das war dein Mühegernat. Ich hab mein Schwer zu getötet. Äh. Wollte ich nicht. Wo ist die Angel? Wo ist die Angel? Äh, hab ich immer noch. Ey, der kann doch nicht sein. Hat denn der kein besseres Schwert? Nein. Hätte er nicht gereckt? Äh, nee, ich war fast voll. Nee, gar nicht wahr. Ich war... Keine Ahnung, was fiel hart. Hast du ein Boot? Äh, ja, hab ich mit vier Fallen. Ah, Jan! Da ist jemand. Der ist gerade abgedreht von dir. Alter, das hier ist die Grotte des Todes. Darum? Habe ich noch mal getötet? Brust? Nee, egal. Du musst... Oh, Junge hat der Ex-Found. So. Er ist mal hier. Hm? Nee, keine Pfeile für den. Äh, der hat eine Eisenhose, deshalb müssen wir ihn verfolgen. Ich bin wieder da. Hi Max, wir sind gerade in der Survival Games Runde Aufnahme. Alter, Junge, ich bin so schlecht. Also nehmt ihr jetzt grad auf? Ja. Habe ich gecrasht? Bin ich cool? Ja, ich bin Cube Crofter. Link in der Beschreibung. Nicht passen. Wechsel. Ich schreib jetzt. Ey, das kann ich jetzt reinschreiben. Cube Crofter Crash die Aufnahme. Abgehobener Spaß, ey. Du kannst schreiben, alter Gangster. Alter Gangster. Mox ist voll der Alter Gangster. Der Spar am Alten. Ich höre mich nicht richtig Maschine bin. Nennen. Also du nimmst jetzt noch auf und das wirst du auch benutzen, ne? Ja, ja, wir sind grad voll allem beide. Okay. Und die Folge ist halbwegs spannend. Halt's Maul! Das ist Copyrighted Music, Mann. Oh, Mann. Hey, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. No Copyright. No Copyright. Alter, wenn mich die GEMA verklagt, dann zahlt sie du draus. Nee. Wie ver... Hä, die können dich gar nicht verklagen. Äh, hier, Acht, Staubner. Hallo, Junge, die können nicht erst ver... Die schließen... Die sperren dir nur dein Video. Was war das denn grad? Alter, ich hab beide abgestoppt. Richtig nice. Jo, was war das denn grad? Ach, komm, Alter. Max, komm, hör auf. Hab ich bei deinem Video auch nicht gemacht. 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Ja. Max, ich hol dich aus dem Anruf raus, Mann. Ja, und gib mal das heißen Schwert von dem. Ich kann ja ein bisschen weiter singen. Ähm. Ich mach den Tank voll. Das nur manschelt runter. 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Ich fahr vorbei und sie schreiben, wir lieben diesen Summer Abi, weil ich Maschine bin. Nennen, nennen, Kawasaki. Jan, komm, einfach. Max, du bist echt der beste Rap. Sorry, Alter. Ich weiß, Alter, ich soll eigentlich so Spongeboss Art bei Juliens Block Battle mitmachen. Ist das so, oder? Ich schreibe mal in die Kommentare, ob ich das machen soll. Die sind so schlecht für dich, sorry, Max. Ist so, Alter. Ich soll eigentlich direkt hier bei... Nein, Deutschland sucht den Superstar ist ein bisschen Hartz IV. Bisschen sehr, Hartz IV. Äh, Hartz IV. Ja. Nur Hartz IV empfänger gucken das. Auch meine Oma und Opa sind keine Hartz IV empfänger. Was ist hier los? Cubecraft ist um meine Eltern. Meine Oma und Opa, die Kroatischen, die Kocken, die Kocken, die Kocken, die Kocken. Alter, die Kocken, das richtig. Die Kocken, wirklich nur Dings. Wie heißt es? Jo, Jan. Was du das? Ja, Jan. Da habe ich mal eine Party eingehen. Nein, Alter, du Gangster, guck uns erst mal zu, bitte. Ja, wer spektakert sich denn? Sei mal leise bitte. Wie auf einem Jahr. Jan, komm. Ich wollte ja nur spektakert, Alter. Entschuldigung, Alter. Entschuldigung, Alter. Entschuldigung, Alter. Das tut du drauf, warum? Na, Schärfe. ja 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 es nix sich hier wie kann ich euch inspekt hätten ja kommt drauf sag mal ich habe ihn geholt für dich zum freund springen zu einem von uns freunde creeps zum freund wieso schließt du mich ab wieso wolltest du austesten machte ich muss den jagd sagen ein kann das sein ja ja den joshi zucker war man man schafft man schafft weil ich eine schiene bild kann ich gar nicht mehr geben kann man dann wirklich verklagt werden die sperren dann nur dein video ja 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 aber ja und es ist wenn du damit krass geld machst dann kündig verklagen ja im geweck alter bist du blöd der josh ist nicht der hälfte kann das sein kommen wir gehen erst mal auf den josh hinter dir ja ich gäste die dem kasse kaffer sagen du darfst nicht in dieses feuer laufen damit du nicht uncool bist creeps da wirst du das überleben ich glaube nicht das war ich eine nice runde alter die habe ich gefeuert man ich war auch nur anderthalb herzen ja ja weil du das babo feuer gelaufen bist jede alle babos mussten in das feuer lauten jo bobo alter bama 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 wahrscheinlich war das im geld kommt direkt noch ein alter was wir schon mal darauf freuen nein die runde war jetzt mindestens 35.000 minuten und 20 sekunden tschüss ja vergesse ich den daumen und den like um das abo und nicht zu abonnieren